Apostolische Väter Didache oder die Lehre des Herrn durch die zwölf Apostel an die Heiden Sie stammt aus dem ersten Jahrhundert. Spätere Datierungsgerüchte sind widerlegt. Einleitung Die Didache ist die älteste der überlieferten Kirchenordnungen. Sie war längst in einzelnen Bruchstücken aus den Erwähnungen alter Kirchenschriftsteller bekannt, als sie im Jahre 1875 durch den Metropoliten von Konstantinopel aus der sogenannten Jerusalemer Handschrift herausgegeben wurde. Die älteste erhaltene Handschrift stammt aus dem Jahre 1056. Wie in der Einleitung, ersten Beitrag bereits erwähnt, unglücklicherweise galten bis in die Neuzeit nicht die ältesten Handschriften als wertvoll, sondern die neu abgeschriebenen. Denn diese waren schlicht besser zu lesen. Dadurch wurden nach einer Abschrift die Vorlagen sehr oft einfach verbrannt, da sie nun als wertlos galten. Hatte man doch eine neue und bessere lesbare Ausgabe. Somit ist eine Handschrift aus dieser Zeit kein Indiz für eine Fälschung, sondern eher für deren Echtheit, da eine in Gebrauch befindliche Ausgabe selbst auf Pergament nicht länger als bis zu jener Zeit überhaupt gehalten hätte. Die längste Überlebensdauer von in Gebrauch befindlichen Handschriften sind ca. 500 Jahre. Wir kennen dies auch aus dem heutigen Indien, wo Handschriften im Hinduismus auf Palmblättern maximal 500 Jahre halten und dann werden sie neu abgeschrieben und die alten schlicht meistens verbrannt. Der ursprüngliche über dem Text stehende Titel hat in der vollen Form den Text Lehre des Herrn durch die zwölf Apostel an die Heiden. Die Didache, in deren sechs ersten Kapitel wir eine Ansprache an Teuflinge zu sehen haben, gliedert sich in drei Kapitel, die durch die Übergänge im Text selbst deutlich gekennzeichnet sind. In dem ersten Teil werden die zwei Wege beschrieben, der Weg des Lebens und der Weg des Todes. Im sechsten Kapitel wird sodann zusammenfassend Vollkommenheit verheißen für den, der auf dem Weg des Lebens wandelt. Der zweite Hauptteil ist ein altkirchliches Ritual mit Vorschriften über die Spendung der Taufe, über Fasten und Gebet und vor allem über die Feier der Eucharistie. Dies aber gilt dann für die Wanderprediger, für die ist die Didache in erster Linie geschrieben. Und hier finden sich drei herrliche Gebete in Betreff des Kelches, des Brotes und zur Danksagung. Darauf folgt im dritten Hauptteil zunächst eine Belehrung über die Aufnahme und Bewirtung der Apostel und Propheten, der zugereisten Brüder überhaupt. Wobei Güte und Vorsicht empfohlen wird. Vorsicht, weil sich auch Schwindler einfinden. In den folgenden Kapiteln hören wir einiges über die Feier des Herrentages, des Sonntags, über die nötigen Eigenschaften und die Wahl der Bischöfe und Diakone, über die Verpflichtungen der Priester gegen Gott und gegeneinander. Das Schlusskapitel enthält eine Mahnung zur Wachsamkeit und der Hinweis auf die bevorstehende Ankunft des Herrn und seiner Heiligen am Ende der Welt, dessen Vorzeichen und Gefahren geschildert werden. Über Zeit und Orte Abfassungen gehen die Ansichten der Gelehrten auseinander. Die Meinung Einzelner, dass die Didache dem vierten oder fünften christlichen Jahrhundert angehöre, ist abgetan. Viele Gründe sprechen für eine viel frühere Zeit, dass nämlich die Schrift den letzten Jahrzehnten des ersten christlichen Jahrhunderts angehört. Denn sie trägt das Gepräge großer Altertümlichkeit an sich, das nicht als gekünstelt oder als literarische Einkleidung erscheint. So kommt den Wanderlehrern, Aposteln und auch Propheten eine große Bedeutung in der Gemeinde zu. Die Gemeinde bezieht ihre Lehre in dieser Zeit noch von auswärts. Das sind Verhältnisse, wie sie im zweiten Jahrhundert wohl nirgends mehr oder doch nur sehr selten anzutreffen gewesen sein dürften. Man wird auf die inneren Gründe gestützt, sagen müssen, dass die Didache zwischen dem Jahr 80 und 100 entstanden ist. Als Entstehungsort kommt in Betracht Syrien, Palästina oder Ägypten. In den Kirchen dieser Länder hat die Didache auch hohes Ansehen erlangt. Überschrift Lehre des Herrn an die Heiden durch die zwölf Apostel Erstes Kapitel Die zwei Wege Der Weg des Lebens verlangt Gottes und Nächstenliebe Zwei Wege gibt es, einen zum Leben und einen zum Tode. Der Unterschied zwischen den beiden Wegen aber ist groß. Der Weg des Lebens nun ist dieser. Erstens, du sollst deinen Gott lieben, der dich erschaffen hat, Zweitens, deinen Nächsten wie dich selbst. Matthäus 22, Markus 12, Jesus Sirach 7 Alles aber, von dem du willst, dass man es dir tue, das tue auch du keinem anderen. Matthäus 7, Lukas 6 In diesen Worten ist aber folgende Lehre enthalten. Segne die, welche euch verfluchen, und betet für eure Feinde, ja fastet für die, die euch verfolgen, denn welche Gnade soll euch werden, wenn ihr die liebt, die euch lieben? Tun nicht auch die Heiden dasselbe, ihr aber sollt lieben, die euch hassen. Matthäus 5, Lukas 6 Ihr sollt keine Feinde haben. Enthalte dich der Lüste des Fleisches, 1, Petrus 2 Und des Körpers, wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, reiche ihm auch die andere dar, und du wirst vollkommen sein. Wenn einer dich eine Meile weit nötigt, geh zwei mit ihm. Wenn einer dir den Mantel nimmt, gib ihm auch den Rock. Wenn dir einer das Deinige nimmt, fordere es nicht zurück. Matthäus 5, Lukas 6 Denn du kannst es auch nicht. Jedem, der dich bittet, gib und fordere es nicht zurück. Lukas 6 Denn der Vater will, dass allen gegeben werde von den eigenen Gnadengaben. Glücklich, wer dem Gebot entsprechend gibt, Denn er ist frei von Schuld. Wehe dem, der nimmt. Zwar, wenn einer in der Not nimmt, so soll er ohne Schuld sein. Ist er aber nicht in Not, dann muss er sich verantworten, weshalb er genommen und wozu. Man wird ihn ins Gefängnis werfen und ihn genau untersuchen über sein Tun, und er wird von dort nicht herauskommen, bis er den letzten heller bezahlt hat. Matthäus 5 Aber auch über diesen Punkt heißt es, Schwitzen soll das Almosen in deinen Händen, bis du erkannt hast, wem du es geben sollst. Die Quelle für dieses Zitat ist nicht bekannt. 2. Kapitel Die Pflichten gegen Leben und Eigentum des Nächsten Das zweite Gebot der Lehre aber heißt, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht Knaben schänden, du sollst nicht Unzucht treiben, du sollst nicht stehlen. Matthäus 19 Du sollst nicht Zauberei treiben, du sollst nicht Gift mischen, du sollst nicht das Kind durch Abtreiben umbringen und das Neugeborene nicht töten. Also bereits hier im ersten Jahrhundert ist in der Kirche Abtreibung verboten. Du sollst nicht begehren nach deines nächsten Gut. Exodus 20 Römer 13 Du sollst keinen Meineid schwüren, kein falsches Zeugnis geben. Matthäus 5 Du sollst Schlimmes nicht nachreden, du sollst Böses nicht nachtragen. Du sollst nicht doppelsinnig noch doppelzüngig sein. Die Doppelzüngigkeit ist nämlich ein Fallstrick zum Tode. Deine Rede sei nicht lügnerisch, nicht leer, sie sei inhaltlich durch die Tat geprägt. Du sollst nicht habgierig sein, nicht auf Raub bedacht, nicht verschlagen, nicht boshaft, nicht hofertig. Du sollst keine schlimmen Pläne schmieden wie der Deinen Nächsten. Du sollst niemanden hassen, sondern die einen zurechtweisen, mit anderen Mitleid haben, für andere beten, wieder andere lieben mehr als deine Seele. Drittes Kapitel Warnung vor Leidenschaft und Götzendienst, Mahnung zu Demut und Sanftmut Mein Kind, fliehe vor allem Bösen und allem, was ihm ähnlich ist. Sei nicht zornmütig, denn der Zorn führt zum Mord, noch eifersüchtig, noch zänkisch, noch reizbar, denn all das führt zu Mordtaten. Mein Kind, sei nicht lüstern, denn die Lüsternheit führt zu Unzucht. Meide die Zoten und freche Blicke, denn all das führt zum Ehebruch. Mein Kind, achte nicht auf den Vogelflug, da dies zum Götzendienst führt. Halte dich frei von Beschwörungen, Sterndeuterei, Zauberei, wünsche nicht einmal zuzuschauen oder zuzuhören, denn aus all dem entsteht Götzendienst. Mein Kind, sei kein Lügner, da das Lügen zum Diebstahl führt, Sei weder geldgierig noch ruhmsüchtig, denn aus all dem entsteht der Diebstahl. Mein Kind, sei nicht mürrisch, da dies zur Lästerung führt, sei nicht frech, nicht bösartig, denn aus all dem entsteht Lasterreden. Sei vielmehr sanftmütig, da die Sanftmütigen das Erdreich besitzen werden. Matthäus 5, Psalm 36 Sei langmütig, barmherzig, ohne falsch, ruhig, gut und zittere allzeit vor den Worten, Jesaja 66 Die du gehört hast Du sollst dich nicht selbst erhöhen und deiner Seele keinen Übermut gestatten. Deine Seele soll nicht zusammen sein mit den Hochmütigen, sondern sie soll wandeln mit den Gerechten und den Demütigen. Was dir Schlimmes zustößt, nimm als gut auf. Du weißt ja, dass ohne Gott nichts geschieht. Viertes Kapitel Geben ist seliger denn nehmen Pflichten von Herrn und Knecht Warnung vor Heuchelei Mein Kind, Tag und Nacht sollst du dessen gedenken, der dir Gottes Wort verkündet. Ehren sollst du ihn wie den Herrn, Denn woher seine Herrlichkeit verkündet wird, da ist der Herr. Tätlich sollst du das Antlitz der Heiligen suchen, damit du Ruhe findest durch ihre Worte. Du sollst keinen Zwiespalt verursachen, versöhnen sollst du Streitende. Urteile gerecht Deuteronomium 1, Sprüche 31, Johannes 7 Schau nicht auf die Person, wenn du Fehltritte zurecht weißt. Zweifle nicht, ob es geschehen soll oder nicht. Sei nicht wie einer, der seine Hände ausstreckt zum Nehmen, zum Geben, aber sie zurückhält. Vergleiche 1. Clemensbrief Wenn du etwas in deinen Händen hast, so gib es als Sühne für deine Sünden. Zweifle nicht, ob du geben sollst, und wenn du gibst, murre nicht, denn du wirst erkennen, wer der herrliche Erstatter deines Lohnes ist. Wende dich nicht ab von dem Bedürftigen. Teile vielmehr alles mit deinem Bruder und nenne nichts dein Eigen. Denn wenn ihr in die unvergänglichen Güter euch teilt, um wie viel mehr in die vergänglichen? Ziehe deine Hand nicht zurück von deinem Sohn oder von deiner Tochter, und da weise sie vielmehr von Jugend auf in der Furcht des Herrn. Gib deinem Knecht oder deiner Magd, die auf denselben Gott hoffen, deine Befehle nicht in Bitterkeit, damit sie nicht einmal ablegen ihre Furcht vor Gott, der über euch beiden herrscht. Denn er kommt nicht, um zu Berufen nach Ansehen oder der Person, sondern zu denen, welche der Geist vorbereitet hat. Ihr Knechte aber seid untertan euren Herrn als dem Abbild Gottes in Achtung und Furcht. Hasse jegliche Heuchelei und alles, was dem Herrn nicht gefällt. Übertritt nicht die Gebote des Herrn, bewahre, was du überkommen, Tue nichts dazu und nimm nichts weg. Deuteronomium 4 In der Versammlung sollst du deine Fehltritte bekennen und du sollst nicht hintreten zum Gebet mit einem schlechten Gewissen. Dies ist der Weg des Lebens. Fünftes Kapitel Der Weg des Todes Kennzeichen desselben Der Weg des Todes aber ist dieser. Vor allem ist er schlecht und voll von Fluch. Mord, Ehebruch, Leidenschaft, Unzucht, Diebstahl, Götzendienst, Zauberei, Giftmischerei, Raub, falsches Zeugnis, Heuchelei, Falschheit, Hinterlist, Stolz, Bosheit, Anmaßung, Habsucht, üble Nachrede, Missgunst, Frechheit, Hofart, Pralamerei, Vermessenheit. Vergleiche Matthäus 15, Römer 1, Galater 5 und Kolosser 3 Leute, die das Gute verfolgen, die Wahrheit hassen, die Lüge lieben, den Lohn der Gerechtigkeit nicht kennen, dem Guten nicht nachstreben, Römer 12 und nicht dem gerechten Urteil, die ein wachsames Auge haben, nicht für das Gute, sondern für das Schlechte, Leute, die weit entfernt sind von Sanftmut und Geduld, die Eitles lieben, nach Lohn trachten, Psalm 4, Jesaja 1 die kein Mitleid haben mit den Armen, die nicht annehmen, um den Bedrückten, die ihren Schöpfer nicht kennen, ihre Kinder töten, Weisheit 12 das Gebilde Gottes im Mutterleib umbringen, vom Bedürftigen sich abkehren, den Elenden unterdrücken, den Reichen beistehen, die Armen gegen das Gesetz richten, in allem Sündigen, reißt euch los, Kinder von allen diesen. 6. Kapitel Vollkommen ist, wer das Joch des Herrn trägt, Verhalten gegenüber dem Judentum und Heidentum Gib Acht, dass niemand dich wegführe, Matthäus 24 und Vergleiche Epheser 5 von dem Wege dieser Lehre, da er anders als Gott dich unterweist Denn wenn du das Joch des Herrn tragen kannst, wirst du vollkommen sein, vermagst du das aber nicht, so tue, was du kannst Was die Speisegesetze angeht, erfülle, was du kannst, vom Opferfleisch aber enthalte dich ganz und gar, denn das ist eine Verehrung toter Götter 7. Kapitel Anweisung über die Spendung der Taufe Bezüglich der Taufe halte es so Wenn ihr all das Vorhergehende gesagt habt Tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes Matthäus 28 In fließendem Wasser Wenn du aber kein fließendes Wasser hast, dann taufe in einem anderen Wasser Wenn du es nicht in kaltem tun kannst, tue es in warmem Wenn du beides nicht hast, gieße dreimal Wasser auf den Kopf Auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes Matthäus 28 Vor der Taufe soll fasten der Taufende, der Täufling und wer sonst kann Den Täufling lasse ein oder zwei Tage zuvor fasten 8. Kapitel Belehrung über Fasten und Gebet Bei eurem Fasten haltet es nicht mit den Heuchlern Diese fasten nämlich am zweiten und fünften Tag nach dem Sabbat, das heißt am Montag und Donnerstag Ihr aber sollt fasten am vierten Tag und am Rüsttag, das heißt am Mittwoch und Freitag Also bereits zur Apostelzeit als Einschub wurden die christlichen Tage höher gewertet als die alttestamentlichen Tage Auch sollt ihr nicht beten wie die Heuchler Sondern wie der Herr in seinem Evangelium es befohlen hat So betet, Vater unser, der du bist in dem Himmel Geheiligt werde dein Name Zu komme uns dein Reich Dein Wille geschehe, wie im Himmel also auch auf Erden Unser tägliches Brot gib uns heute Und vergib uns unsere Schulden Wie auch wir vergeben unseren Schuldigen Und führe uns nicht in die Versuchung Sondern erlöse uns vom Übel Lukas 11 Weil dein ist die Macht und die Ehre in Ewigkeit Dreimal im Tag bete so Neuntes Kapitel Belehrung über die Feier der Eucharistie Bezüglich der Eucharistie halte es so Ein Einschub Nochmals zur Erinnerung Hier geht es um die Ermahnung für die Wanderprediger Die die Regeln eigentlich kannten Daher scheint sie kürzer als an späteren Stellen Zunächst in Betreff des Kelches Wir danken dir, unser Vater, für den heiligen Weinstock Davids, deines Knechtes, den du uns zu erkennen gabst durch Jesus, deinen Knecht Dir sei die Ehre in Ewigkeit Wie dieses gebrochene Brot auf den Bergen zerstreut war und zusammengebracht eins wurde So möge deine Gemeinde von den Enden der Erde zusammengebracht werden in dein Reich Weil dein ist die Ehre und die Macht durch Jesus Christus in Ewigkeit Aber keiner darf essen oder trinken von eurer Eucharistie Außer die auf den Namen des Herrn getauft sind Denn auch hierüber hat der Herr gesagt Ihr sollt das Heilige nicht den Hunden geben Matthäus 7 Hier scheint die ganze Wandlungsformel zu fehlen Doch eigentlich fehlt sie nicht Denn die war den Wanderpredigern durchaus aus dem Evangelium bekannt Was nicht bekannt war, war das, was es heißt Und Jesus nahm das Brot und sprach das Dankgebet Denn Heiden war dieses Dankgebet nicht bekannt Darum wurde es hier in der Didache erwähnt In der ersten Kirchenordnung Zehntes Kapitel Dankgebet nach der Feier der Eucharistie Wenn ihr aber gesättigt seid, danket also Also wiederum Wir danken dir, Heiliger Vater, für deinen heiligen Namen Dessen Wohnung du in unseren Herzen bereitet hast Und für die Erkenntnis und den Glauben und die Unsterblichkeit Die du uns zu erkennen gabst durch Jesus, deinen Knecht Dir sei die Ehre in Ewigkeit Du allmächtiger Herrscher hast alles erschaffen Weisheit 1, Sirach 18, Offenbarung 4 Um deines Namens willen hast du Speise und Trank gegeben Den Menschen zum Genusse Damit sie dir danken Uns aber hast du geschenkt Eine geistige Speise Einen geistigen Trank Und ein ewiges Leben durch deinen Knecht Vor allem danken wir dir, weil du mächtig bist Dir sei die Ehre in Ewigkeit Gedenke, O Herr, deiner Gemeinde Dass du sie erlöst von allem Übel Und sie vollkommen machest in deiner Liebe Führe sie zusammen von den vier Winden Die geheiligt In dein Reich, das du ihnen bereitet hast Weil dein ist die Macht und die Ehre in Ewigkeit Matthäus 24 Es soll kommen die Gnade und vergehen Dieser Welt Hosanna dem Gottes, dem Gott der Davids Ist einer heilig, so soll er kommen Ist er's nicht, so soll er sich bekehren Maranatha 1 Korinther 16 Dieses aramäische Mahnwort heißt Unser Herr komm Und weist hin auf die Ankunft Christi zum Gericht Vergleiche Offenbarung 22 Amen Den Propheten gestattet, Dank zu sagen, soviel sie wollen Elftes Kapitel Pflicht der Gastfreundschaft gegenüber Lehrern und Propheten Wer also zu euch kommt und all das Obige euch lehrt, den nehmt auf Einschub Wer also die Taufe lehrt, die heilige Eucharistie und das Dankgebet vor und nach der Wandlung Der sei willkommen Einfach nochmal zum Vergewissern Wenn er aber selbst ein verkehrter Lehrer Euch eine andere Lehre vorträgt Zur Vernichtung der Unsrigen So hört nicht auf ihn Aber lehrt er zur Mehrung der Gerechtigkeit und Erkenntnis des Herrn Nehmt ihn auf wie den Herrn Betreffs der Apostel und Propheten Haltet es entsprechend der Vorschrift des Evangeliums also Jeder Apostel, der zu euch kommt, soll aufgenommen werden wie der Herr Er soll aber nicht länger als einen Tag bleiben, wenn es nötig ist, noch einen zweiten Dritt drei Tage aber, wenn er bleibt, ist er ein falscher Prophet Einschub Hier wird denen ein Riegel geschoben, die durch die Lande zogen bereits in dieser Zeit und sich mit frommen Sprüchen von allen Gemeinden durchfüttern ließen Wenn der Apostel weg geht, soll er nur Brot mitnehmen Bis er wieder einkehrt Wenn er aber Geld verlangt, ist er ein falscher Prophet Es wird also hier noch einmal bestätigt Und jeden Propheten, der im Geist redet, sollt ihr nicht prüfen noch richten Denn jede Sünde wird vergeben werden, diese Sünde aber wird nicht vergeben werden Matthäus 12, Markus 3 Einschub Also wenn einer kommt und vorspiegelt im Heiligen Geist zu reden und falsche Lehren verkündet Den soll man nicht richten und nicht prüfen Denn der ist schon geprüft und gerichtet durch Gott selbst Aber nicht jeder, der im Geist redet, ist ein Prophet, sondern nur, wenn er die Lebensweise des Herrn hat An der Lebensweise erkennt man den falschen Propheten und den rechten Propheten Und kein Prophet, der den Tisch richten lässt im Geiste, ist davon, außer er ist ein falscher Prophet Und jeder Prophet, der zwar das Rechte lehrt, ist ein falscher Prophet, wenn er das, was er lehrt, nicht tut Jeder erprobte, wahre Prophet aber, der für das weltliche Geheimnis der Gemeinde tätig ist Aber nicht lehrt, zu tun, was er tut, soll bei euch nicht gerichtet werden Denn er hat bei Gott sein Gericht Denn so hielten es auch die alten Propheten Einschub Mit kurzen Worten Von wem man erkennt, dass er den Heiligen Geist lästert durch seine Rede oder sein Tun Den dürfen wir nicht richten Dem dürfen wir nicht einmal nachtragen und ihn verunglimpfen, dass er so ist Denn er ist bereits gerichtet Das ist nicht der Job des Menschen Das ist Gottes Sache Wenn aber einer spricht im Geiste Gib mir Geld oder sonst etwas So hört nicht auf ihn Wenn er aber für andere bedürftige Umgaben bietet Soll niemand ihn richten Zwölftes Kapitel Gastfreundschaft gegenüber den fremden Glaubensgenossen Jeder aber, der kommt im Namen des Herrn Matthäus 21, Psalm 117 Soll aufgenommen werden Dann aber sollt ihr ihn prüfen und so erkennen lernen Ihr sollt nämlich euren Verstand anwenden zur Entscheidung über rechts und links Wenn der Ankömmling nur durchreist, helft ihm, so viel ihr könnt Er soll aber bei euch nicht länger bleiben als zwei oder drei Tage, wenn es nötig ist Wenn er sich aber bei euch niederlassen will als Handwerker, dann soll er arbeiten und essen Wenn er aber kein Handwerk versteht, dann sorgt nach eurer Einsicht dafür, dass nicht ein fauler Christ unter euch lebt Will er aber nicht so halten, so ist er einer, der mit seinem Christentum Geschäfte macht Hütet euch vor solchen Das gilt also als Einschub auch im Internet, wenn da ein Prediger ist, der da ein paar Vorträge hält und dann gleich irgendwo sein Spendenkonto angibt zur Unterstützung Vorsicht ist angesagt Wenn er aber Spenden sucht für andere, die in Not sind, sieht es anders aus 13. Kapitel Pflichten gegenüber den wahren Propheten Jeder wahre Prophet, der sich bei euch niederlassen will, ist seines Brotes wert Matthäus 10, Lukas 10, 1 Timotheus 5 Ebenso ist ein wahrer Lehrer genau wie der Arbeiter seines Brotes wert Du sollst daher alle Erstlinge des Ertrags von Kelter und Tenne, von Rindern und Schafen Ex. 22, Nr. 18 Nehmen und die sie, diese Erstlinge, den Propheten geben Denn diese sind eure hohen Priester Wenn ihr aber keinen Propheten habt, gebt es den Armen Einschub Also auch hier geht es um den Zehnten, den man, wenn man keine Propheten hat, den Armen geben soll Dieser Eintrag ist also durchaus nicht ein Eintrag gegen eine Kirchensteuer, sondern um eine geordnete Verwendung des Zehnten Wenn du Brot bäckst, nimm den Abschnitt, gib es gemäß dem Gesetz Ebenso wenn du einen Wein- oder Ölkrug, Vergleiche Nr. 18, anbrichst, nimm das Erste und gib es den Propheten Vom Geld der Kleidungsstoffe, von jeglichem Besitz, nimm nach Gutdünken die Erstlinge und gib sie gemäß dem Gesetze 14. Kapitel Feier des Sonntags durch die Eucharistie Einschub Jetzt wird es interessant für alle, die sagen, dass die Christen den Sabbat halten sollen und nicht den Sonntag Denn die Dachie, erstes Jahrhundert, schreibt bereits Am Tag des Herrn, versammelt euch Brecht das Brot Das war der alte Ausdruck für Eucharistie, für heilige Messe Und saget Dank, nachdem ihr zuvor eure Sünden bekannt habt, damit euer Opfer rein sei Also vor der Eucharistie auch die Beichte Erste christlichen Gemeinden, erste Kirchenordnung Aufbauend auf den Worten der Apostel und der ersten Apostelschüler Jeder aber, der mit seinem Freunde einen Streit hat, soll sich nicht bei euch einfinden, bis sie versöhnt sind, damit euer Opfer nicht entweiht werde Einschub, die Eucharistie, ist also ein Opfer Die Vergegenwärtigung von Golgotha Nicht ein erneutes Opfern auf Golgotha, sondern die Vergegenwärtigung Denn so lautet der Ausspruch des Herrn An jedem Ort und zu jeder Zeit soll man mir darbringen ein reines Opfer, weil ich ein großer König bin, spricht der Herr Und mein Name wunderbar ist bei den Völkern Malachi 1, 11 15. Kapitel Wahl der Bischöfe und Diakone Brüderliche Zurechtweisung Wählet eure Bischöfe und Diakone würdig des Herrn Männer voll milde und frei von Geldgier Voll Wahrheitsliebe Erprobt, denn sie sind es, die für euch Versehen den heiligen Dienst der Propheten und Lehrer Achtet sie deshalb nicht gering Denn sie sind eure Geehrten mit den Propheten und Lehrern Weiset einander zurecht, nicht im Zorn, sondern in Frieden Wie ihr es im Evangelium habet Und mit jedem, der sich verfehlt hat gegen seinen Nächsten Soll keiner sprechen und er soll von euch nichts hören Bis er sich bekehrt hat Eure Gebete, eure Almosen und all eure Handlungen Sollt ihr so verrichten, wie ihr es habt im Evangelium unseres Herrn Einschub Erste Kirchenordnung Aufbauend auf das Evangelium Wie ihr es habt im Evangelium Es ist also nichts Neues, nichts Verändertes Sondern etwas Erklärtes Sechzehntes Kapitel Harret aus im Guten bis zum Ende Wo sich die falschen Propheten mehren Also bereits im ersten Jahrhundert Erste Kirchenordnung, erste Gemeinden Noch mit Wanderpredigern Wird davor gewarnt, dass am Ende sich die falschen Propheten mehren Eben die, die von dieser Kirchenordnung Der Taufe, der Beichte, der Eucharistie Kurz den Sakramenten Nichts wissen wollen Wachet für euer Leben Eure Lampen sollen nicht ausgehen Und der Gurt um eure Lenden Soll nicht lockern Seid vielmehr bereit, denn ihr wisst nicht die Stunde In der unser Herr kommt Matthäus 24, Lukas 12 Ihr sollt fleißig zusammenkommen Indem ihr nach dem strebt, was euren Seelen zukommt Denn es wird euch die ganze Zeit des Glaubens nichts nützen Wenn ihr nicht in der letzten Stunde vollkommen seid Denn in den letzten Tagen werden sich mehren die falschen Propheten und die Verderber Und die Schafe werden zu Wölfen umgewandelt Und die Liebe wird verwandelt werden in Hass Einschub Also Hass predigten gegen die Kirche Mit dem Aufruf Austreten, verlassen, alles vom Bösen Dann weiß man, wer diese Zu Wölfen gewordene Schafe sind Erstes Jahrhundert Erste Kirchenordnung Wenn nämlich die Gesetzwidrigkeit sich steigert Werden sie einander hassen, verfolgen und ausliefern Man könnte hier als Einschub auch sagen Und schlecht reden die Kirche Dann wird erscheinen der Verführer der Welt Wie der Sohn Gottes wird er auch Zeichen und Wunder tun Matthäus 24, 2 Thessalonicher 2, Offenbarung 13 Und die Erde wird in seine Hände überliefert werden Und er wird Gräuel verüben Wie sie von Ewigkeit her noch nicht geschehen sind Dann wird das Geschlecht der Menschen kommen In das Feuer der Prüfung Und viele werden Ärgernis nehmen Matthäus 24 Und zugrunde gehen Die aber ausharren in ihrem Glauben Einschub in ihrer Treue zur Kirche Der Apostel Erste Kirchenordnung Werden von dem Durch die Verführer Verfluchten selbst Gerettet werden Ebenfalls Matthäus 24 Und dann werden die Zeichen der Wahrheit erscheinen Zuerst das Zeichen, dass der Himmel sich auftut Dann das Zeichen des Trompetenschalles Matthäus 24, 1 Korinther 15, 1 Thessalonicher 4 Und das Dritte Die Auferstehung der Toten Aber nicht aller Sondern wie gesagt ward Kommen wird der Herr und alle Heiligen mit ihm Zacharia 14 Dann wird die Welt den Herrn kommen sehen Auf den Wolken des Himmels Matthäus 24 Das ist das Ende der Didache Der Lehre des Herrn Durch die zwölf Apostel An die Heiden Nachwort Sie haben es gehört Das ist eine Schrift Die entstanden ist Zu Lebzeiten der Apostel Von den Apostelschülern Die gerichtet war An all die Wanderprediger Die eben bereits aus dem Heidentum stammten Daher kannten diese Die jüdische Danksagung Vor dem Brechen von Brot nicht Die kannten aber sehr wohl aus dem Evangelium Die Worte der Wandlung der Eucharistie Wenn sie es nicht glauben Laden sie die Datei herunter Prüfen sie die Angaben Und sie werden erstaunt sein Wie bereits in diesen ersten Jahrzehnten Klar Die Kirche definiert ist Durch die Apostel Von den Aposteln In ihrer hierarchischen Ordnung Wenn sie weitere Beiträge hören wollen Abonnieren sie den Kanal Klicken sie auch die Glocke an Und so segne ich sie Im Namen des Vaters Und des Sohnes Und des Heiligen Geistes Gelobt sei Jesus Christus In Ewigkeit Amen Amen